Auf der anderen Seite für Saarbrücken ist es natürlich wichtig, da sie, denke ich, im Schraunen hat sich jetzt etwas durch Geräusche aus den Zuschauerringen gesteckt. Diesmal jedoch schon. Und etwas glücklich kann Schankun ausgleichen. Applaus Und das Schöner Ballwechsel. Mit dem besseren Ende für Schankun. Jeder hätte sich den Punkt verdient von den beiden. Oder lieber noch einen Schritt machen. Applaus Für diesen Ball. Schöne Platzierung aufs Eck. Von so weit draußen nicht einfach zu realisieren. Rückstand. Zweiter Satz. Vier sieben. Spiel mehr rein. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.